Damit konnte niemand rechnen, der Schrecken dieser neuen Militärmacht. Streitkräfte, die nicht sterben können, hinterlässt seine Spuren in Europa. Es liegt jetzt an uns, dem neu formierten Büro für archaische Technologien, zur Speerspitze in diesem Kampf zu werden. Wir sind bemitleidenswert unterlegen. Wenn es zum offenen Kampf kommt, verlieren wir. Aber mit der Hilfe unserer neuen Verbündeten werden wir sie an ihrem wunden Punkt treffen. Her hören, Rekruten! Ja, Rekruten! Ihr seid vielleicht kampferprobte Soldaten, aber die einzigen Veteranen dieser neuen Art von Krieg frieren sich gerade auf einem Schiff in der Antarktis den Arsch ab. Ihre Fähigkeit, die Gefahr abzuwehren, hängt von uns ab. ghoul! Bis zum nächsten Mal.